Mehr Zoom, oder? Nein, reicht. Dann kannst du schnell bei Frau Liga aus den Grünen in der Blau-Liga aufnehmen. Widerstand! Oh, einfach zu wenig zu finden. Wie? Guck mal, wer ist denn jetzt angekommen? Wer ist denn jetzt richtig? Guck mal! Wer ist dagegen? Ja, Schraubi, ja, Schraubi! Voll, Yusuf! Guck mal! Guck mal! Stopp! Guck! Es ist so. So, jetzt mal. Jetzt kann ich die Stimme. Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Das schlägt ja nur Löcher in die Luft. Das schlägt Löcher in die Luft. Das steht, guck mal ey. Schreiben wir so langgreifen. Jawohl. Jawohl. Das war der Gegner, in der Gruppe. Jawohl, Jusuf. Ja? Ja? Das ist nicht zu eng, das ist nicht zu eng. Pause? Nein, nein, nicht zurück, dann geht er raus. Mach's doch. Für den nächsten Gang, du liebst erbitten an 2005 Euro und Haarangau, wie wir es 2050 fertig machen. Wer will weiter aufnehmen? Alex, willst du? Das war ich mir nix, tricky. Arthur, die dritte, danach kommt so ein kleiner Mann. Ey, wo ist Arthur? Mein Hand steht voll. Pig 9, Monday 3 Münster gellan? Moin, voll Wo ist er denn? Lühst du auf gellern? Lühst du auf die Gellan? Sperr, ναι ich den Ball Gelt? Gelt? Ja? Ich weiß es nicht. Jawohl. Ich gebe ihn. Hey! Break. Ist das Volker zur Hüftung bei der linken Seite? Ich dachte, er ist noch nicht gut. Er ist noch nicht. Ich weiß es nicht. Dass ihr das so auskennen könnt. Ja! Ich sehe es nicht. Man muss immer mit einer Niederlage rechnen. Unentschieden. Ich habe echt getippt, unentschieden oder diese andere hat gewonnen. Stopp! Stopp! Gustav, kann ich mehr? Jawohl. Knopf, du bist zu. Stopp! Stopp! Was macht er da? Sekunde, muss da alles. Ist das jetzt? Dein Komplätze, ne? Frontend! Hallo! Beide können wir nicht. Schmerz, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Weiß! Wir trainieren mal du jetzt auf. Du meinst, du schonf hier, du basta. Ben ihm, ich schau. Ich schau. Ich schau, ich schau. Ich schau. Kommst du heute noch raus? Sieht der stark aus. Boah, scheiße. Scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße. Du bist ein bisschen angreifen, oder? Das ist ja passiert. Sie verlieren so viel, oder? Ja, das ist ja. Das ist ja nicht so. Ich habe gerade drei Stücke untereinander gekauft. Das ist eigentlich verschwunden. Was soll man denn machen? Guck mal, die verstehen können wir. Break ist so ein Schritt zurück und dann darfst du... Boah. Was soll man denn machen? Die zwei Seiten im Leben. Was soll man denn machen? Das ist ja eine große Sache. Ich bin ja auch schon. 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 Also das ist die motivation für die Bedeutung. Du willst ihn haben? Nein, bitte. Jawohl. Was ist das für mich? Was ist der Appell? Was ist der Appell? Hör mal auf, Junge. Hör mal auf, Junge. Hör mal auf, Junge. Du bist wirklich gejogged, wa? Wow. Ramiusdorf, Alter. Hayati ist enttäuscht. Wo sind Hayati? Rausdorf? Ey, wir sind hier im Hintergrund gebeliebt. Das ist das für mich. Stopp! Stopp! Jöstof ist ein guter Kämpfer eigentlich. Aber lass... tut mir leid. Er ist jetzt... der Loser. Ey, wie macht man aus? Ey, wenn wir ausmachen, einfach oben drauf drücken. Shit, just, boah, ich raue dich hier, das ist unentschieden. Was machst du mir? Stoffi? Ich glaube schon, ja. Boah, ey, ich schwitze, ich fliege die Kamera runter. Du hast doch gedacht, du bist in der Lage, ne? Nächstes Mal geht's besser. Kann sein, geht aber nicht. Er muss das nächste Mal mehr trainieren, ne? Für die Ausdauer. Und jeder, wenn das Ganze ist, der Siegerloch aus der Brau-Rollegge, Ossingel und Ossingel. Ey, machen wir das jetzt auf? Das kann man jetzt nicht stellen.